Das ist für uns geschehen. Der Bastard hat meine Waffen. Erreichst du die Zentrale? Nein, ich habe keine Verbindung. Mist, wir sitzen flessen. Wer zur Hölle bist du? Episode 3, Wildhausgeister. Die Ghostbusters... Ganz genau. Das war schon wie viele Gäste heute gerne werden. Was ist denn? Diesen Part. Amen, 2, 2. Du bist es doch, oder? Ha. Die BSA. Ein bisschen zu spät. Was macht die FBC denn hier? Antworte, Raymond. Ich werde hier gar nichts beantworten. Sie haben hier überhaupt nichts zu sagen. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir müssen... Jetzt mal ganz langsam. Du weißt ja nicht mal, was du hier willst und wofür du überhaupt kämpfst. Raymond, bleib sofort stehen! Wer etwas ändern will, muss sich auch mal die Hände schmutzig machen. Die FBC ist also auch auf diesem Schiff? Was ist hier los? Jetzt können wir hier nicht runter. Hier kann man hier. Hier kann man, glaube ich, ja. Die Brücke durchsuchen schon mal. Ich muss hier mal ein weiterer Flug. Ich muss da reißen, weil es so... ... ... ... ... ... Ich habe noch irgendwelche Hinweise. Die große Frage ist, wo sind wir hergekommen? Ich glaube wir sind von hier lang gekommen. Wir müssen dann runter. Nichts untersucht haben wir. Aha. Wir lassen ihn jetzt einfach kommen. Ich darf jetzt einfach abhauen. Und wir gucken hier auch. Wir suchen hier eine Zonskiste. Dann untersuchen wir mal. Was will ich hier untersuchen? Oh. 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 Steuerfahrtschlüsse sehr cool den können wir gebrauchen Schottgelehr-Munition dann muss noch kein Schottgelehr Bio-Weil-W-Faller hier ist ein Tresor eine Karte hier Schiffsplan Personal und Crew die Queen Zenobia ist ein Vergnügungs- Kreuzfahrtschiff das den Passagieren den Komfort des Lustes Hotels bietet das Schiff bietet unseren Gästen viele verschiedene Dienste und Einrichtungen als Repräsentant dieses Schiffes ist es ihre Pflicht mit allen Einrichtungen in Bord vertraut zu sein die folgende Liste beschreibt einige der wichtigsten Einrichtungen dieses Schiffes nehmen sie sich bitte aufmerksam durch Promenadenhalle auf einer Fläche von 1500 Quadratmeter streitet sich die Promenadenhalle des Schiffes über drei Stockwerke und ist damit die Größe ihrer Art auf der Welt die Einrichtung ist mit gotischem Stil gehalten mit Kronmächtern an ihrer Deck mit ihrer Schönheit und ihrem Stil kann sie sich in den besten Opernhäusern messen Casino das Casino des Schiffes befindet sich neben der Promenadenhalle unsere Gäste erwarten hier eine Art von Spiel Vergnügen darunter Kartenspielen, Münze und Marken was immer die Gäste von einem Casino erwarten finden sie hier 24 Stunden am Tag vor Restaurants und Geschäfte Die Promenadehallen bieten Designerware und Markengeschäfte aus aller Welt Unseren zahlreichen Restaurants und Bars können die Gäste entspannen auch Geschäfte für den täglichen darf sind nicht zu finden Notfallkommunikationsraum Neben der Promenade befindet sich ein Notfallkommunikationsraum der im Notfall als Sicherheitspunkt genutzt werden kann die Crew können den Raum auch nutzen um ein Notsignal zu senden fast nötig Solarium Von den Fenstern des Solariums aus blickt man den größten Board-Streaming-Pool der Welt Für viele unserer Passagiere ist dieser romantische Ort ein bevorzugtes Ziel hält man sich ausschauen nach Paaren sich außerhalb der Öffnungszeiten herstreichen Ahja Ich finde die werden nur noch alle aufsuchen Worte sonst nix hier Ahja Spezialzubehör Was mit dem Inventar haben oder nicht Ich habe jetzt noch nicht die Teste gefunden Ok, gucken wir weiter Jetzt haben wir den Schlüssel Pistolen mitzunehmen Pistolen mitzunehmen Oh mein Gott Bitte hilf mir Das darf nicht wahr sein Lass mich nicht in dieser Hölle sterben Ich bin hier gefangen Hier gibt es Monster Echte Monster Das wird sicher sind tot oder liegen im Sterben Es gibt kein Überlebende Verdammt das ist das Ende Wenn wir durch die Halle gehen sollten wir einen Notfallkommunikationsraum finden Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Wach Wach Ein bisschen Schulte mit der Emulation Dafür haben wir gerade den einen auf eine Leiche gepasst Sehr schön Weil es so schön war, nochmal zeigen hier. Ach, das Wappen können wir durchs Bücken und dann wollen wir es noch was. Mit dem Wappen können wir als Schrotgewehr holen. Das ist vielleicht ein Plan. Jetzt tun wir uns etwas vollen. Funktioniert nicht. Ein Fahrstuhl, wir sind egal. Hätte ich auch nicht gedacht. Jetzt müssen wir ihn finden. Oh oh. Wir müssen gleich auch mal ein bisschen. Oh. Oh. Okay. Ich versuche mal das Schrotgewehr zu finden. Das ist schon ziemlich hilfreich. Das war bei den unteren Kabinen. Oh, hier gibt es aber auch noch einen Raum. Objekt. Customization. Okay. Notiz aus Raum 303. Was zur Hölle geschieht hier? Ein Schiff fimmelt es nur so von Monstern. Die reißen hier alles in Stücke. Monster wie die habe ich noch nie gesehen. Sie wirken unbeholfen. Doch wenn sie einmal zupacken, ist alles aus. Diese Drecksviecher hat mein Freund Hassan auf dem gewissen Bastard. Ich habe sie mit der Knarre verscheucht und mir so Zeit zum Fliegen verschafft. Zum Glück ging die Kugel durch den Arm. Die Knochen dieser Monster sind wie die einer alten Frau. Mir sind alle Fluchtwege versperrt. So verdammte Monster, dieses verdammte Monster hat mir ein Bein ordentlich verdreht. Verdammte Munition habe ich auch keine Ahnung, wie ich das hier überlebe. Die sind ein leichtes Nächte hier, also... Ist der wohl kommendsten zu mir gekommen. Da wohnt ich. Oh, hi. Ich bin nur der Hele. Ich bin nur der Hele. Ich habe noch einen Platz. Nicht durchpacken, durchschießen. Ist nichts. Man kann die Schaden des Schaden geführen. Na, vielleicht über zog das nach oben. hier ist die sache muss doch wenigstens nicht unter das ist ein riesige 1 und so eine decken sinkende decken weg Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut. Und das Schrottgewehr. Sehr schön. Dann mal hier weiter. Bereit für die großen Muster. Ich muss noch irgendwas übersehen. Hier ist noch eine Tür. Tür, Wegejäger. 750 Feinde. Tür hier noch. Verstärkung. Okay, wir retten ein bisschen was aus. Eine Tür. Oder eine Steuerradtür. Eine Steuerradtür. Mist. Die grönen Schlüssel, die man von der Ampest bestimmt da drüben sind. Karten, die sind aber noch nicht. Klappe hier nochmal an das ab, damit ich ja... Die Türen, die wir jetzt öffnen können in Basia. Ich hab's ja immer schon, dass wir öffnen. Ja, da ist auch kein Tür mehr. Ja, dann versuchen wir mal... Durch die... Durch die Verkittertür zu kommen. Im Hauptsaal. Ab durch die Bibliothek. Hier ist noch ein Schloss. Das können wir in den Charterlesen... Anlesengrill verschlossen. Und da oben ist hier das Anker und... Tja, dann müssen wir hier... sehr schön. Neues Gebiet freigeschneidet. Das dauert aber ein bisschen. Wir müssen mal neue Bereiche haben. Hm, kusch. Das nennt ich ein Kreuzfahrtschiff. Man fühlt sich wie in Europa. Wo ist denn dieser... Notfallkommunikationsraum? Ich hab' mir gefressen gewonnen. Ich hab' mir in die Etage höher gegangen. Ich hab' mir in die Etage höher gegangen. Jetzt... Das funktioniert nicht. Wild. Das natürlich würde ich aber noch nicht durchblenden. Das ist der Fahrstuhl, hier ist keine Tür, und dann geht es da drüben lang. Noch weiter hoch, und dann zurück, das sieht nach zurück aus, oh nein. Oh, da sind wir, ich probiere es mal auch aus, naja, das dauert jetzt wieder lange, fürchte ja, das ist der Weg zurück, ich hätte nicht das ansehen sollen, oh nein, ist es nicht. Es wird so lang, das ist echt erregend. Natürlich ist die Tür verringert. Also. Also. hier. Das war's. 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 Nicht so. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.